Bah, Nutella sieht aus wie scheiße, als ob ich das esse, ey. Also mein Motto lautet ja immer, je natürlicher, desto besser. Also ganz ehrlich, mit diesen High Heels hast du es komplett übertrieben. Mein 1-Million-Abo-Special, wo ich so viel Arbeit und Mühe reingesteckt habe, das kam so richtig gut bei meiner Community an. Nur weil Beyoncé dieses Oberteil hat, heißt es noch lange nicht, dass ich mir das auch kaufe. Mit meinen Nägeln diesmal habe ich es echt übertrieben. Ich meine, ich komme gar nicht damit klar und die sind einfach viel zu lang. Weniger ist mehr. Meine YouTube-Videos lade ich regelmäßig und pünktlich hoch. Ich habe nie Probleme mit der Technik. Schrizzles? Was soll das denn sein? Das hört sich an wie so eine Geschlechtskrankheit. Welcher Idiot trägt bauchfrei Tops im Winter? Ob du meinen Freund eine Nachricht über WhatsApp schreiben kannst? Klar, ich meine, man kann es auch echt übertreiben mit der Eifersucht. Kannst du mir endlich mal meine 5 Euro wiedergeben? Also ich warte lieber, bis das Produkt im Sale ist und gedulde mich noch ein wenig. Im Endeffekt habe ich dann mehr davon. Boah, nützliche Lifehacks und Boyfriend-Hacks sind voll mein Fachgebiet. Je mehr davon, desto besser. Warum stellen YouTuber ihre Videos nach 2 Wochen aus privat? Das verstehe ich nicht. Wow, heute gibt es mal wieder einen überaus relevanten Artikel über mich im Internet, der zu 100% der Wahrheit entspricht. Wahnsinn. Ich trage keine Extensions. Das sind meine echten Haare. Hamburg-Dinger? Damit verbinde ich absolut gar nichts. Also mir jede Woche die Nägel neu machen zu müssen, finde ich absolut übertrieben und überhaupt nicht notwendig. Boah, Elektromucke, ne? Uh, ist voll mein Ding. Damals in der 7. Klasse? Boah, da sah ich noch so richtig geil aus. Je mehr Leute ich um mich herum habe, desto wohler fühle ich mich. Deutschen Witze? Findest du das nicht ein bisschen rassistisch und asozial? Schönheits-OPs sind ein absolutes No-Go. Mm-mm. Mathe? Ja, stimmt, habe ich voll drauf. Hier, 3 Satz des Pythagoras, voll mein Ding. Thunfisch ist das absolut geilste, was ich jemals gegessen habe. Allein schon beim Geruch läuft mir das Wasser im Maul zusammen. Oh, du möchtest ein Selfie mit mir machen, während ich mit meiner Familie beim Essen sitze, die ich so alle 2-3 Monate mal sehe? Klar, kein Problem. Damit willst du rausgehen? Süße, das ist viel zu gewagt. Ach, und du möchtest dazu noch eine Sprachnotiz haben, in der ich deine ganze Klasse grüße? Immer her damit. Avatar, der Herr der Elemente, ist die schlechteste Serie, die ich jemals gesehen habe. Und noch ein kleines Grußvideo für deinen Bäcker? Null Problemo. Boah, wenn ich so zurück an meine Schulzeit denke, da wird mir so richtig warm ums Herz. Boah, mein Freund, ne? Der ist so veggie. Und das finde ich wiederum so sexy. Also ich brauche auf gar keinen Fall diese neue, exklusive und wunderschöne Dior Sonnenbrille. Ich meine, ich war letzte Woche schon so krass shoppen und sollte jetzt definitiv mehr auf mein Geld achten. Boah, persisches Essen kann ich mir echt nicht geben. Und wenn ich das allein schon rieche, kommt mir die Kotze hoch, ey. Ganz ehrlich, Beyoncé ist komplett überbewertet. Ich meine, Rihanna zum Beispiel ist definitiv die geilere Entertainerin und hat viel bessere Vocals. Um Hot Dogs zu essen, fahre ich doch jetzt nicht extra zum Ikea. Dem typischen Klischee, dass Deutsche auf die Minute genau pünktlich sind, entspreche ich vollkommen. Ganz ehrlich, ich raste nie aus. Ich bin so ein Typ, ich handle immer komplett diplomatisch und überlegt. Weißt du, was mir so richtig fehlt im Leben? Der gute, alte Lateinunterricht. Boah. Ich will niemals mit irgendwelchen Gegenständen mich rumwerfen, nur weil ich aggib bin. Das war's mit dem Video, Dinge, die Schini nicht sagt. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann durchleiß ich eure Daumen nach oben. Und hier oben findet ihr das Video von dem Bulls. Ein großes Dankeschön nochmal dafür, dass ich ihr Format für meines verwenden durfte. Und hier unten findet ihr ein Dinge, die Niduva nicht sagt. Also schaut bei beiden vorbei und bis dann verabschiede ich mich. Achso, läuft schon? Die ganze Zeit läuft es durch. Null Probleme oben. Dann machst du null Probleme. Das ist super. Null Probleme oben. Kleines Grußvideo für deinen Bäcker. Null Probleme oben. Okay, jetzt nicht so behindert, aber schon ein bisschen. Ba. Ich weiß nicht. Ba, Alter. Nutella sieht aus wie Scheiße. Ba, Nutella sieht aus wie Scheiße. Du willst ja nie essen. Du übertreibst mich. Boah, wenn ich persisches Essen rieche, kommt mir das Kotz. Da hab ich schon die Garre im Maul, Alter. Ich krieg Plack in der Fresse. So richtig übertreibend. Bleh. Das ist klar. Herzschüss. Schatz mit dir auch. Herzschüss über Scheiße. Hahaha. Das kommt mir selber. Vielen Dank.